Musik Im Herzforscher-Programm besuchen wir Schulen im Gebiet des Münsterlandes. Wir bieten aber auch für Kinder und Jugendliche von 10 bis 13 Jahren Herzforscher-Workshops in den Ferien an. Wir haben zuerst einmal zusammen erforscht, wie das gesunde Herz aufgebaut ist und wie es überhaupt funktioniert. Dazu haben wir unseren Puls gemessen und den Herzschlag auch erst einmal gefühlt. Im zweiten Schritt haben wir dann untersucht, was passiert eigentlich, wenn das Herz krank wird. Viele der Kinder kennen ja zum Beispiel den Herzinfarkt als ganz verbreitete Herzerkrankung und wissen aber eigentlich gar nicht, wie der entsteht. Und wir haben uns das genauer angeguckt, erst an einem Herzmodell, dass sich da Herzkranzarterien verengen. Das Ganze haben wir dann selber in einem Modell nachgebaut. Und die Kinder sind dabei ganz, ganz kreativ geworden. Also die haben dann oft Einfälle, die uns vorher gar nicht gekommen sind. Das ist immer ganz schön. Musik Und dann haben wir zum Abschluss das Ganze nochmal in einem Riesenmodell nachgestellt. Da waren wir dann selber auch Teil dieses Modells. Wir hatten einen großen roten Kriechtunnel, der das Blutgefäß darstellte. Und die Kinder waren die roten Blutkörperchen, die ihre blauen Sauerstoffbällchen durch das Blutgefäß zum Herzen transportiert haben. An der anderen Seite des Tunnels war das Herz. Also wir waren sozusagen der Weg durch das Herz. Und wir mussten dem Herz Sauerstoff zupumpen. Und wenn die Kissen drin lagen, war der Durchgang zum Herz verstopft. Und wenn die Kissen raus waren, war das alles sauber und das Herz konnte genug Sauerstoff bekommen. Mir hat besonders Spaß gemacht, dass wir hier die Herzkranzgefäße gebastelt haben. Und wir haben auch was über das kranke und über das gesunde Herz gelernt. Und ich habe viel gelernt dabei, was ich noch einiges gar nicht wusste. Ja, ich möchte auch wohl nochmal gerne nochmal mitmachen. A heart goes more Than a heart can desire A heart goes more K flatten K Mund